Herzlich Willkommen bei Abenteuer Kindheit, dem Podcast der früchentlichen Bindung. Und jetzt viel Spaß beim Hören wünscht, Ihr Sebastian Götz. Willkommen zu diesem besonderen Podcast-Beitrag über den positiven Einfluss der Erziehungsberatung auf Familien und Kinder. In unserer schnelllebigen Gesellschaft begegnen Familien vielfältigen Herausforderungen. Hier setzt die Erziehungsberatung von Abenteuer Kindheit an, um als Anker in stürmischen Zeiten zu dienen. Erziehungsberatung bietet Familien die Gelegenheit, offen über Sorgen, Ängste und Unsicherheiten zu sprechen. Es ist ein sicherer Raum, in dem Konflikte deeskaliert und Lösungen gefunden werden können. Für Eltern, die sich bei der Erziehung überfordert fühlen, liefert die Beratung praktische Werkzeuge und Strategien. Ein wichtiger Aspekt ist die Möglichkeit der frühzeitigen Intervention. Probleme, die in der Kindheit beginnen, können sich verschlimmern, wenn sie nicht angegangen werden. Durch die Beratung können präventive Maßnahmen ergriffen werden, die die Familie auf lange Sicht unterstützen. Ein weiterer Vorteil ist die Förderung von emotionaler Intelligenz und Resilienz bei Kindern. Gezielte Übungen und Gespräche helfen Kindern, ihre Emotionen besser zu verstehen und zu regulieren. Diese Fähigkeiten sind nicht nur für die Kita oder die Schule wichtig, sondern bereiten Kinder auch auf die Herausforderungen des Erwachsenenlebens vor. Es geht nicht nur darum, den Eltern Werkzeuge an die Hand zu geben. Kinder sind mehr als nur passive Empfänger von Anweisungen. In der Erziehungsberatung werden sie als gleichwertige Mitglieder der Familie betrachtet und in Gespräche und Entscheidungsprozesse aktiv einbezogen. Die Beratung unterstützt auch die Entwicklung von Empathie und sozialen Fähigkeiten bei Kindern. Sie lernen, die Perspektive anderer Familienmitglieder zu sehen und zu verstehen, was die Kommunikation und Konfliktlösung innerhalb der Familie verbessert. Die langfristigen Vorteile der Erziehungsberatung sind enorm. Kinder, deren Familien Beratung in Anspruch genommen haben, zeigen bessere schulische Leistungen, niedrigere Stresslevel und ein erhöhtes allgemeines Wohlbefinden. Zudem wird durch die Beratung eine vertrauensvolle Beziehung zwischen dem Berater und der Familie aufgebaut, die einen sicheren Raum für Offenheit und tiefergehende Gespräche schafft. Die Erziehungsberatung hat nicht nur Einfluss auf die Familie, sondern auch auf die Gesellschaft als Ganzes. Institutionen wie Kitas, Schulen und lokale Gemeinschaften können aktive Partner im Prozess der Erziehungsberatung sein. Durch den Aufbau eines Unterstützungsnetzwerks aus verschiedenen Akteuren können Familien besser mit Stress und Herausforderungen umgehen. Abschließend ist die Erziehungsberatung eine kraftvolle Ressource mit weichreiten, positiven Effekten auf das Wohl von Familien und insbesondere Kindern. Es ist eine Investition in die Zukunft der Familie und ein Geschenk, das ein Leben lang währt. Vielen Dank fürs Zuhören zu und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Sebastian Götz von Abenteuer Kindheit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.